Ich habe aufgedeckt, dass die Konsistenz der Mathematik unbeweisbar ist. Es ist nie zu spät. Wenn Sie kommen, können Sie jeden Zeitpunkt aussuchen. Sagt einem eben dieser Verstand, dass es so sein muss? Im Augenblick nicht, aber in einer tausend Jahre technischer Fortentwicklung in letzter Zeit seltener. Bedauerlicherweise wünscht Herr Wittgenstein mich nicht mehr zu sehen. Es heißt, es kommt einer aus der Hauptstadt. Ich meine, wach auf, vergiss diesen Traum. Bitte. Ich habe es so lange nicht viel gehört. Hätte ich das nicht alles schon damals im Volksgarten voraussagen, ahnen oder sehen müssen? Sie haben mir immer vertraut. Glauben Sie wirklich, das Trauern Sie vergiftet? Es ist eine zweischneidige Freude, der beste Logiker zu sein, nur um als erster zu erkennen, dass man der zweitbeste ist. Verlassen Sie ihn unverzüglich. Ein Mann von Rande und Garnen. Besser wäre es, wenn man Sie verstehen würde. Natürlich wäre ich jetzt auch lieber in Wien als hier. Sind wir immer noch hier? Wurden wir abgemotet vor zehn Jahren keinen Franz? Ich sitze in diesem schrecklichen Haus, der kommende Traumfeld und stehe mir langsam erwärmt. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, an unserer Diskussion über Wittgensteins Traktatus teilzunehmen, aber Sie sagen nichts. Sag mal, kannst du mir ein Jahr zurückgeben? Oder auch nur einen Tag? Sag mal, kannst du mir ein Jahr zurückgeben?